Das ist ein Film über die Joost Bau AG. Die Joost Bau AG hat über 45 Mitarbeiter. Das ist der Werkhof von wenigen und das der Werkhof von Bettenkinder. Von hier aus starten wir zu interessanten und spannenden Baustellen. Die Bauen liegen uns im Blut, seit Generationen. Und das sind unsere Mitarbeiter. Hier sind alle sehr bodenständig. Und das ist der grösste Backer von wenigen. Der ist auch ständig am Boden. Überhaupt haben wir bei Joost Bau AG ganz viel mit Boden zu tun. Und was man alles drauf oder unter bauen kann. Wohnungsbau, Umbau und Sanierungen, Tiefbau, öffentliche Bauten, Industrie- und Gewerbau, landwirtschaftliche Bauten und dazu haben wir mit geeignetem Werkzeug ausgerüstete Kundemaurer. Das ist der höchste Hocker von wenigen und das ist der einzige Fluss in Bettenkingen. Das ist der beste Backerfahrer von wenigen. Der kann mit der kleinsten Schaufel die grössten Löcher ausbudeln. Bei Joost Bau AG kann man hoch oben raus. Bei uns kann man viel erreichen und U kann unsere Baustellen bestimmt aufdrücken. Die Mitarbeiter von Joost sind sehr fleissig, sehr sportlich und sehr verlässlich. Wir haben die beste Mitarbeit. Mit unserer Erfahrung gibt es das, was Bauherren wünschen und erwarten. Unser sportliches Führungsteam vereint jahrzehntelangs solides und sicheres Werken am Bau. Von Grund auf. Gehört auch dir schon gleich zu unseren zufriedenen Kunden? Und hier ist noch der Link zur Joost Bau AG.